Berlin, Promis, Politiker und eine riesige Spendensumme von 24.236.721 Euro, am Samstag übertrug das ZDF die Spendengala Ein Herz für Kinder. Schlagerstar Helene Fischer war zwar nicht Teil der Show, schien aber am Spendentelefon zu sitzen. Wie geht das? Unter den Gästen waren UA-Königin Silvia von Schweden, 78, Außenministerin Annalena Babock, 42, Finanzminister Christian Lindner, 43, Xbox-Champion Wladimir Klitschko, 46, oder EU-Chefin Ursula von der Leyen, 63. 3,48 Millionen Menschen schalteten Samstagabend im ZDF ein, so dwdl.de. Auch GNTM-Kandidatin Betty Taube dürfte im ZDF ans Spendentelefon. Die Moderatorin erreichte 2014 bei Germany's Next Top Model mit Heidi Klum das Halbfinale. 2021 trennte sich die 28. 1.3婆One 9.5-8 bergm-z 0.5-8 bergm-z 0.5-13.0